Ich freue mich, dass ich weiterhin Teil der Wild Wings sein darf und kann. Ich bin damals vor zwei Jahren hier angetreten, um die Wild Wings das Potenzial auszuschöpfen. Da sind wir noch lange nicht am Ende und ich denke, dass wir weiterhin eine sehr gute Zukunft vor uns haben. Mir macht es sehr viel Spaß, auch jetzt hier als Trainer mit der Mannschaft zu arbeiten, aber trotzdem für die Zukunft weiterhin als Sportdirektor tätig zu sein, ist das, was ich mir vorstelle, was sich der Verein auch vorstellt und deshalb blicke ich sehr zuversichtlich in die Zukunft und hoffe natürlich, dass alle Sponsoren, alle Fans bald auch wieder im Stadion sind, dass wir es weiterhin zusammen erleben können und da freue ich mich sehr drauf und bin voller zuversichtlich für die Wild Wings in der Zukunft wirklich was bewegen zu können. Ich freue mich, dass die Wild Wings in der Wild Wings in der Wild Wings in der Wild Wings in der Wild Wings